Yo Leute was geht ab und... Heute zu einem neuen Video Yo Leute was geht ab und heute alle willkommen zu einem Video was ich unbedingt raushauen will Es ist einfach neuer und ich bin so aufgeregt wie es heute Abend wird So richtig geiles Böller Ihr seht es wahrscheinlich, wir haben sehr sehr tolles Wetter Es sind keine Wolken und nichts da und bei uns wurde es schon heftig geböllert Und ja Leute es haben sehr sehr viele auf Instagram gefragt ob ich mir noch während der Zeit wo ich das Video rausgebracht habe Wo einfach 320 Likes hat Wirklich Danke an den der mir geliked hat Ich habe mir 3 neue Batterien geholt Wo echt krass sind also wo ich einfach holen wollte Und ja die werde ich dann jetzt noch sagen Habt ihr es gehört es hat schon wieder jemand geböllert Nice man Wir gehen auch gleich noch raus böllern Versprochen Die Leute die erste die ich mir gekauft habe die habt ihr schon in den Intro gesehen Das ist die Graffiti 16 Schuss Oh so passt hier 16 Schuss Leute 16 Schuss Die zweite das ist eine der besten Billigbatterien nämlich Alien Kost 1,92 Kann ich mich nicht mehr dran erinnern Und jetzt Leute kommen wir zu der Batterie Wo einfach die beste Billigbatterie Und wegen dem bin ich auch unten zum Kaufland gegangen Das ist einfach die geilste Batterie ever Die kostet nur 4,94 ist einfach für billig Und kommt jetzt Hohohoho Haha Das ist die Bloody Mary Bloody Mary heißt Aber ich habe nicht nur eine Sonne Äh warte Wo ist die jetzt Sondern 2 Yes So Leute das war es jetzt Mit den Zeichen Und ich will sagen Ich wünsche ihm ein Groß neues Jahr 2018 Und ja Dass einfach Jeder gesund bleibt Und nie krank einbekommt Und einfach Ja dass ihr In der Schule alles gut läuft Und ja Das wünsche ich ihm Und dass ihr weiter Bei mir zuschaut Und mich abonniert Das ist echt krass Wie viele Abonnenten haben wir denn Wir haben 13.608 Yes Nice Ja Leute ich habe hier die Kartons vorbereitet Also Hier sind die Batterien alle Ihr habt ihr schon im Video gesehen Und jetzt habe ich Leute es waren Zwei Zwei Stunden Die ich an diesen Böller auspacken Gebraucht habe Das kommt jetzt Hohohoho Mal gucken wie ich nachher davon bollern Und hier sind die ganzen Raketen Leute Und diese Seht ihr das in der Mitte Das ist eine äh Knallkette Also Leute Ich sehe es eine Knallkette Leute ihr habt es im Video gesehen Die Mini-Mini-Rakete sind wirklich nice 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 Na dann würde ich sagen Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen raus Bevor es zu dünn Und dann würden wir noch ein bisschen Kubis Batterien jetzt nicht Aber Ja Let's go Let's go Baller Baller Ich hätte mir einfach mal ein paar mitgenommen Für einen Bubi Und zwei Böller Was ist da los he Geballert Und alle los Leute wir sind jetzt hier in meiner Schwesterzimmer Und Ja Wir haben Hasen Bei solchen Deinen Babys bekommen Den Nachhut Und das soll ich euch jetzt zeigen Keine Angst An der Ecke sieht die bisschen unter Und ich habe es euch gesehen Schnuckiii Hier ist das Essen Ich hoffe ihr seht sie Leute Let's go Der erste ist der Cookie Die Der was richtig krass Der nächste Wieder so ein Das ist jetzt ein Buller, kein Kubi. Und? Johoho. Jo, der letzte Buller! Jesus! Jesus! Ups! Geiles Buller. So Leute, wir sind jetzt von Bullern reingekommen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem der Kubi. Ja, ich hoffe, es hat euch einfach gefallen, der Stream. Das heißt, ich bin so behindert, so bekloppt. Ja Leute, lasst doch einfach ein Like da, damit es eine wichtige Erinnerung ist an nächstes Jahr, 2018, 2019. Da geht es wieder auf 2019 zu. Ab jetzt noch eine lange Zeit, ein Jahr, über ein Jahr noch. Und ja. Ich hoffe einfach, dass ihr einfach gut reinkommt zum Neujahr. Das einzige, was nicht so in 2019 richtig gebildert hat, sieht aus wie scheiße. Hier ist Bitschof. Und ja Leute, liked alle in den Kommentar, Leute, und schreibt mal in die Kommentare, was gibt es bei euch zu essen. Bitte antwortet heute jedermal. Ja, das ist leichter, dass vielleicht das letzte Mal keine geantwortet. Bei uns gibt's... Kackelt. Nichts. Berlin. Paprika. Tomate. Palat. Tsunami. Kack. Wunderlich, ich will sagen. Großes Neujahr und. Wir sehen uns. Im Neunjahr Montaubildes Video. 10 Mal und Tschau. Tschau.